Ein Premium-Fernseher ist grundsätzlich ein Gerät, das auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist. Um diesem Anspruch zu genügen, werden drei Punkte erfüllt. Erstens eine einfache Bedienung, zweitens ein tolles Design und drittens eine Technik, die begeistert und Ihr Leben vereinfacht. Bei der Bedienung eines Fernsehers ist es ganz wichtig, dass das Gerät mit einer Fernbedienung bedient werden kann. Das heisst, wir können analoges Fernsehen schauen, digitales Fernsehen, Radio hören, CDs hören, DVDs schauen und das alles ohne sich mit mehreren Fernbedienungen herummerken zu müssen. Die Technik eines Premium-Fernsehers soll Ihnen das Leben erleichtern. So ist es heute möglich, Sendungen dann anzuschauen, wenn Sie die Zeit dafür finden. Das Schweizer Fernsehen beispielsweise speichert seine Sendungen der letzten vier Wochen auf einem Internet-Server, von wo aus Sie die Sendungen jederzeit nach Belieben abrufen können. So beispielsweise die Arena von letzter Woche. Zeitversetztes Fernsehen ermöglicht Ihnen eine laufende Sendung jederzeit anzuhalten und dann einige Minuten später wieder fortzusetzen. Um den perfekten Sound zu erreichen, kann man jederzeit den Fernseher mit weiteren Lautsprechern ergänzen oder sogar zu einer Multiroom-Anlage ausbauen. EPG ist das eingebaute Programmheft im Fernseher. Mit diesem Programmheft können Sie sich anschauen, was zurzeit gerade im Fernseher läuft. Das heisst, Sie können sich eine Sendung aussuchen und mit der OK-Taste bestätigen und Ihr Fernseher zeigt dann diese Sendung, die Sie ausgesucht haben. Des Weiteren ist es möglich, aus dem EPG Aufnahmen zu programmieren. Dies geschieht ganz einfach. Sie suchen sich das Zeitfenster aus, in dem Sie aufnehmen möchten, wählen die Sendung aus, die Sie aufnehmen möchten und müssen nur mit dem kleinen roten Knopf diese Sendung bestätigen. Das Design des Fernsehers soll Ihren Lifestyle und Ihr Ambiente in Ihrem Wohnzimmer widerspiegeln. So können Sie beispielsweise bei Premium-Fernseher zwischen vielen verschiedenen Möglichkeiten auswählen, um den Fernseher aufzustellen oder Farbvarianten zu wählen, beispielsweise Weiss, Schwarz oder Silberne Fernseher mit Intarsien-Seiten, die individuell ersetzt werden können. Premium-Fernseher verbinden Technik und Design zu einer perfekten Synergie. So sind beispielsweise bei Premium-Fernsehern von hinten keine Kabel zu sehen. Und die Fernseher sind von hinten fast so schön wie von vorne. Dies lässt sich mit verschiedenen Möglichkeiten bewerkstelligen. Sei das Wand- oder Standlösungen. Personen, die Individualität im Design und technische Höchstleistungen erwarten, sind bei Premium-Fernsehern am richtigen Ort. Ganz wichtig bei solchen Produkten ist die gute Beratung und die perfekte Installation bei Ihnen zu Hause.